Herzlich Willkommen bei einem weiteren Part von Science Road It Ride It! Hier am Mikrofon ist wieder der Kevin und sein allerbester Freund der Knies. Jo man, wie geht's euch? Wir machen mal heute eine Abschweifung nach Science Road, weil wir dachten, wir können ja auch mal was Neues ausprobieren, ne Kevin? Jo, genau. Also auch an die Leute, wenn sie sich fragen, jetzt auf einmal das erste Video, und das ist jetzt gelöscht und das war mit Musik. Ja, YouTube hat mir gesagt, ich soll das Video rausnehmen, weil die wollten nicht, dass das Lied da drin ist und ja, deswegen muss ich jetzt die Audios ohne Musik aufnehmen und ja, ich finde es auch gut. Ich auch, wenn ihr mich fragt, lieber Zuschauer. Dann werden wir jetzt mal das erste Mission wieder starten und das Schaf sagt auch, das sollen wir machen. Und ich sag das auch, Kevin. Ja, jetzt bestimmt. Check it out, Boss. What's up? Since it used to be a Syndicate crib, but I poke around and see what they left behind. Kannst du deine Musik ausmachen? Ach so, die hörst du immer noch? Mach's ein bisschen reiser, ja? They'll be waiting for us to make a move. I guess then you better watch my back. Alright, let's go. Okay. Aber das Gesprochene muss ich haben, sonst kann ich die Kampagne nicht zocken, weil... Weil... Weil bevor... Ja, das ist ja nur die Musik. Weil irgendwie... Das liegt an unserer Internetverbindung. Ja? Ich gehe in, öffne die Sicherheit-Deposite-Boxes, und bekomme die Scheiße und dann raus. Weil sie ist ja schon wieder so doppelt und dreifach an. Fuck, nein. Willst du mich für einen Moment bemerken? Äh, nein. Ich höre dann schon. Wie macht dein Computer das da rein? Hey, nicht zu lange. Nein! Geil. Ja. Also das war jetzt nur keine Diskussion unter uns, weil... Es ist ja auch blöd, wenn ihr das hört, ne? Und es ist ganz klar. So. Jetzt müssen wir Leute umreden. Hell yeah. Oh, ich freu mich schon auf Radio umreden. Ich hab ein richtig schönes, leckeres Polizistenschnitzel. Leckeres? Ja. Polizei mit Raketenwerfern. Ja, aber Polizist, wir müssen jetzt Banten umlegen. Wenn, äh, wenn ihr vielleicht durch unsere alten Let's Base von Half-Life zugeschaltet habt, dann sag ich euch nur, ähm, liebe Half-Life, ähm, Zuschauer von uns, hier gibt es jetzt auch Schnitzel, und zwar Bandenschnitzel. Ne? Ja. Jupp. Also ihr verpasst hier nichts, wenn ihr einmal... nach Science Row geht. Und uns da zuguckt, weil im Moment bei Half-Life eine kommt. Kevin? Ja, genau. Da haben wir zur Zeit ne kleine Pause in Half-Life. Weil, ähm, die wurden langsam ein bisschen zu langweilig. Und da dachte ich mal, wir gehen mal in das Allgewohnte unserer Zeit jetzt und nicht mehr so Weltall-Stil, sondern mehr so ein bisschen das altertymliche Gangsterleben. oder nicht? Da bin ich ja vor dem Kühl-Zug, Kevin. Das ist ja auch ein T-Shirt und alles eben das alte typische Gangsterloof, oder nicht? Ja. Schön ein paar Leute umlegen. Oder aus dem Helikopter mit einem Raketenwerter läuft und Autos umlegen. Genau, und wir scheißen auf das Gesetz. Wir machen unsere eigenen Gesetze. Wir sind frei, die das freiwillig. Und alle, die uns in die Quere kommen, werden umgenietet. Ob es die Special-Task-Loop der Armee ist, die, äh, die Armee selber, oder die Special-Task-Loop der Polizei oder die Polizei selber. Jeder, der uns in die Quere kommt. Genau. Ganz genau, mein Freund. Achja, und zu vergessen noch, die Gangster, die meinen, mit uns zu konkurrieren. Was die nicht können. Genau. Wir blocken die Straße hier. Hilf mir aus. Und ich hab grad ein paar Panzer in die Luft hier. Ja. Die Polizei-Auto fährt da lang und, äh, macht gar nichts. Liebe Zuhörer, ich komm gleich wieder. Ja. So, jetzt werden wir noch mit nem Scharfschützengewehr jetzt noch ein paar Leute umlegen. Das heißt, wir werden jetzt mit uns mit nem Sides dieses Gebäude runterhängen. Und dann mit dem Scharfschützengewehr schön alle umlegen. Und dann mit einem Scharfschützengewehr nicht gut gehen alle umlegen. Wenn man jetzt steht auf einem Dach eines Hauses und von dort entführt ein richtig schön mit nem Zielfern roll die Headshots verteil. Was meinst du? Das mach ich doch gerade! So! Ich häng mit nem Seil vom Dach herunter und schieße mit nem Schaffungsgewehr auf Autos. So, konnte ich ja nicht wissen, Kevin, ne? Ich kann ja nicht hell sehen, ne? Nö. Ich hab auch nur den T Вид haben, aber ich konnte auch noch einen Omen. Tief! Wie viel Lauf? So, jetzt weiß ich dich, was es vom Dach Ionigern, so einfach immer wieder vértig. So! 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 Das ist doch immer schön, wenn man schlugst, wenn man am liebsten, am liebsten, die schönsten Headshots, immer noch Polizei-Headshots, ne? Ne, Gang-Headshots. Wieso magst du nicht so gerne einen Polizisten mit einem Klauschutzenraum mieten? So, Mission geschafft. Ja, Leute, Schutzengel geschafft, Freunde. Ja, es würde besser klingen, wenn wir die Musik hätten, aber das dürfen wir nicht. Also, weiter geht's, ohne viel Gerede, nicht wahr, Knies? Yo! In den, vor den Videos habe ich auch ein paar Upgrades noch gekauft, weil ich hab soweit Respekt zusammengekriegt und jetzt müsst ihr euch nicht wundern, falls ich jetzt, wenn ich meine Knarren rausholte, zwei Knarren benutzen kann, weil ich bin jetzt Respekt-Level Nummer 8 und ja, hab zwei Prozent Morgenstern-Bezirkskontrolle jetzt erhalten und krieg jetzt 82 Dollar pro Stunde mehr dazu. Wow! Du bist ein richtig guter Kopfgeldjäger, Kevin! Ja, so ist das nun mal unter den Banden. Wenn man ihre Operationsgebiete durchlöchert, dann verlieren sie an Stärke und die Leute und dann kann man hier das Gebiet übernehmen. Je mehr Operationen man vereitelt, so mehr Gebietskontrolle bekommt man dann. Das ist doch gut! Mhm, das ist sehr gut. Und die General, deine Soldaten stimmen mir sogar zu. Schon wieder? Also, ne, das ist doch geil. Jetzt können wir noch eine weitere Bandenfähigkeit dazu kaufen. Jetzt können meine Soldaten, meine Bandenmitglieder sogar MPS verwenden. Maschinenpistolen. So, und jetzt werden wir uns mit einem Telefonat uns ein Auto besorgen, weil wir ja auch durch den Ruf jetzt auch sogar uns noch Autos holen können, weil wir das freigekauft haben. Können wir uns einfach so ein Auto zu uns hinverlassen. Was holst du dir, einen Panzer, Kevin? Nein, ein normales Auto, mein Neuron, das ich aufgerüstet habe. So. Mit Nitro und allem drum und dran. Gut. Ja, hier ist Glocken-Time. So, jetzt nehme ich eine weitere Mission wieder an. Illegaler Handel heißt die Mission und jetzt heißt es da hinfahren. Was ist das? Bars. Bars. Old Taurus Center or a couple of Palettes of Saints merch. Maybe we should do a little advertising around town. You know, pimp the Saints and Steelport. Don't we have a PR department for that? People go crazy over actual celebrities promoting themselves. Yeah. So you're saying it has to be me? Oh, I'll do the selling. You just get my back. And I have the perfect places to hit. Where do we start selling? Let's cut right to the heart of this shit. Hit the Morningstar territory. And you know where that is? The documents we got with those keys gave up a whole lot. Seems like it's just what we needed. What sort of things do we have? Got some basic merchandise. You know, like shirts and launch boxes. You're joking, right? Well, that was my demo tape. Well then, we're gonna need a bigger safe. I need to avoid this trash. So we'll get a big deal. Now we're illegal in the house, which means drug dealings. Oh. What do you deal with, Kevin? Hasch. Hasch. Haschisch. schmachig rudolf auch der schöne alte das schöne alte koks woraus woraus die nazis noch naziger werden also leute immer wenn ihr zuhört wenn ihr nazis sieht müsst ihr immer denken dass er so ne scheiße labert ist nur weil er zu viel koks geraucht hat ne kevin reiner scherz gewesen wir sind ja keine rassisten ja da hast du natürlich recht jetzt musste ich meinen meinen käufer ermorden weil er mich verarschen wollte ja got me advice on closing the deal threats of physical violence ich denke das wird was gonna care Das ist was passiert, wenn du ein Sein Little damage adds character to a place Oh Oh Gott! Und Kevin, was hast du gemacht? So, das Tier ist abgeschlossen, jetzt muss ich nur meinen D-Line auch sicher nach Hause bringen. Have a nice day, mate. You're a natural, mate. Fuck right, I am. With a bright future at Planet Saints. Na cool. You're doing people a favor? Ein Motorrad-Kette. Ein Motorrad-Kopp ist gerade voll in meine Granate reingefahren. Ha, ha, ha. Wie damnlich sind die Perlen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich darf keine Stellungnahme machen. Aber ich kann dir sagen, Kevin. Wannst du mir vergessen? So damnlich, dass sie ihre eigene Granate reinfahren. Genauso wie die Combines. Ne? Genau. Das darfst du sagen. Ich habe die Polizeifahrer erschossen. Und jetzt kann sie mir nicht weiter folgen. Bravo, Kerl. Ja. So. Jetzt fahr bitte dahin. Nothing like a good smash-up, eh? I can do this all day. So. Ja, Leute. Jetzt haben wir illegalen Handel geschafft. Und... Ja. Das ist doch gut. So. Ab hier werden wir jetzt wieder eine kleine Schnittpause machen. Denn... Es soll ja nicht zu lange sein, ne? Bloß wird es ja langweilig. Das stimmt. Und... Ja. Dann fahren wir aber erstmal zu unserem Versteck zurück. Ne? Weil da kann man am besten speichern. Ja. Wie fährst du mit meinem Auto eigentlich? So. Mit dem GPS werden wir jetzt unsere Route zu unserem Versteck machen. Ja. Und dann weiter geht's. Bis und bis. Hier, ja. Weiter geht's. Auf... Zurück. Jetzt geht's. Das ist auf der Minikarte mit diesem Arzt. Das ist eine Geschlechtsumwandlungspraxis. Da kannst du deine Figur einstellen, wie du es gerne hättest. Das ist der Poop. Das ist mein Zekeler. Ja. Scheiße, ich hab Leute überfahren. Wie viele Sterne hast du denn jetzt schon gekriegt? Einen. Einen. Das geht ja noch. Bei einem Stern sind immer nur die Polizei hinter einem her. Bei mehreren Sternen, ja, dann wird's ein bisschen heftiger. Dann kommen sie auf einmal angeschossen überall. Jups. Sag ich ja. Ach was, was. Ich mach noch eine Band-Operation bevor ich Speicher zerlegen. Mhm. Wir wollen ja auch ein bisschen mehr Fun haben, ne? Na klaro. Und dabei machst du fünf Sterne, Kevin, ne? Äh, mach ich nicht. Höchstens bei den Bandenmitgliedern. Okay. Was ist denn da viel dazu? Ich fahr jetzt durch den Park. Was? Okay. So, jetzt Band-Operation aufhalten. Das ist ein nice Worker. Ja, wir haben eine Drogenpalette gefunden. Das machen wir erst mal Vampir-Style. Und die Band-Operation ist vereitelt worden. Jetzt heißt es schnell abhauen hier. Ich hab nämlich jetzt schon drei Sterne bei den Banden. Und jetzt schon kommen sie mit ihren Helikoptern an. Das ist doch egal, oder? Neckel. Und abgestürzt der Helikopter. Und abgestürzt der Helikopter. Und jetzt geht's mir ein bisschen zu brenzlig. Und nun steigt doch in das Auto und einfach fluchte Scheiße. So, schnell weg hier. Scheiße, geil. Ich weiß nicht, dass wir die Bullen jetzt wieder auf mich abgesehen haben. Ja, die Polizei meine ich. Bide, bide, bide. Du bist der Staatshande meins, ne Cain? Später krieg ich die ja um. Aber Leute, die habe ich schon gekriegt. Die Krieg wollen unsere Macht erst zerstören. Wenn wir uns den Hunte verlieren, kommt uns das Feuer zu spielen. Wir wissen uns, wir haben jetzt noch einmal bei den Schützen. Du weißt nicht, Floor kommt doch zu. Du bist da gut. Da geht's, alles. So, ich glaube jetzt ist die Zinniger dein Auto. So, ich fag jetzt in meiner Garage. Yeah, ich bin ein wirklicher Huhn. So, und jetzt ist unsere Fahndungsplan wieder auf Null, weil wir wieder in unserem Penthouse sind. Und, ja, Leute, ich verabschiede mich ab hier jetzt von euch und mein Freund Knies auch, nicht wahr? Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Science Road. We tried it. Meine Gang gegen diese drei vollidioten Gangs und alle anderen drum und dran. Auf Wiedersehen.